Wenn die Frau eifersüchtig ist? Smash! Also nicht zu übertreiben, ne? Aber so ein bisschen Eifersucht. Wir sind ja auch eifersüchtig als Männer. Ist nichts Schlimmes dabei. Sie kontrolliert dein Handy? Pass. Knutschen in der Öffentlichkeit? Also kommt drauf an, wie fest die Situation ist. Ich denke, wenn man seine richtige Partnerin sich dafür entscheidet, ja, aber sonst mit irgendeiner Pass. Für sie ist wichtig, ob eure Sternzeichen zusammenpassen? Pass. Sie ist der Meinung, der Mann muss immer zahlen? Muss nicht sein. Ich sag jetzt mal Pass. Sie zieht sich sehr baggy an? Zwischendurch? Smash. Sie hat mehr männliche als weibliche Freunde? Pass. Tattoos? Smash. Sie redet immer von ihrem Exfreund? Pass.